Komm, 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 komm. Ich stimme dir zu, du bist fertig. Ja, ich bin nicht hochgekommen. Ha, 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 ich habe keinen hochbekommen. Aua. Boah. Ja. Das war klingonisch, wenn ihr noch die Serie Käpt'n Blaubeer kennt. Das war klingonisch. Eigentlich war das die Sendung mit der Maus, aber auch egal. Du bist wirklich zu dämlich. Hier. Komm. Gib Gummi-Loots. Da ist es. Boah. Was ist denn das da, Mensch? Wo sind die Brüste? Loots war auch mal viel besser. Da wurde bei dem ganzen Loot, was einem zugeschmissen wurde, auch mal ein paar halbnackte Frauen mit angezeigt. Was gibt es jetzt? Tastaturen. Ach, puh. Okay, gut. Dann 60 Sekunden, Hampelmann. Ihr dürft gerne mitmachen. Auch wenn es scheiße aussieht. Ist vollkommen egal. Es geht hier einfach nur alleine um den Spaß. Was ist noch gucken? Ja, okay. Moment. Mach mal kurz einen sporadischen, sporadischen Hampelmann. Ich glaube, das hält die Bahnhose aus und mir fällt nichts aus der Hose raus. Komm, 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 komm. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir hier während des Streams einblasen lasse. Ich mach gerade mal meinen Ventilator an. Ach, was denn? So, AFK, mal endlich Abendbrot machen. Jojo, guten Hunger und bis gleich. Ich werde wiederkommen und dann werde ich wahrscheinlich schwitzen. Alter Falter, Res, was machst du denn? Was passiert denn hier jetzt gar... 83 Menschen? Da, 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 da! Das ist hier. Das ist die Welt. Ja, das ist hier. Die Welt. Das ist hier. Das ist hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Versteckt zwischen den Wänden such ich einen kleinen Ort für mich Um zu überleben in dieser dunklen Stunde Wenn ich hiermit geschwund keine Waffe find für mich Ist die ganze Welt nur ein Blutplatz ohne Geld Was auch immer das jetzt bedeuten mag Denn ich bin auf der Suche nach totalen Schatz Wer war das? Ich seh nix mehr, ich fühle nicht Ich fühle nicht Liebes Team von Epic Games Auf der diesjährigen Gamescom verbreitete sich ein Gerücht, dass es bei eurem Stand etwas beschissener herging Egal ob das Ganze jetzt wahr ist oder nicht Hier ein Vorschlag Folgendes Wie wäre es, wenn ihr aus der ganzen Geschichte Eine Spitzhacke bastelt Beziehungsweise einen Spitzhackenskin Und zwar Ach jetzt ist mein Ja gut, mein Gesicht ist jetzt daneben Und zwar in dieser Form hier In dieser Schildform Wenn ihr das machen würdet Das wäre Ultra Mega Klasse Ich würde euch feiern Bis zum Geht nicht mehr Also nicht so viel auf jeden Fall Guck, guck Es tut mir leid Es tut mir nicht leid Es tut mir leid Und zwar in der Baldur Es tut mir leid 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 Guck Thin Und Prater of May.